Ach ja, die Sommerpause, gut getan. Und damit grüßt Scott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieder was Neues. Heute beginnen wir einfach direkt damit, was alles passiert ist in der Zeit meiner Abwesenheit. So haben wir zum Beispiel die 85 Abonnenten geknackt. Vielen Dank dafür! Auch wenn das sehr traurig ist, dass genau dann, wenn ich aufhöre mit regelmäßigen Uploads, mein Kanal explodiert. Ich meine, das Video hat einfach 600 Aufrufe. Außerdem bin ich mit diesem Mann hier von München nach Prag gefahren, wo wir nicht nur die wunderschöne und faszinierende Innenstadt sehen durften, sondern auch die Corona-Maßnahmen, beziehungsweise genau das Fehlen von solchen. Denn außer in der Metro, wo Maskenpflicht bestand, wurde nirgends wo Maske getragen. Und da wir das hervorragende Tramnetz genutzt haben, mussten auch wir in unserer gesamten Fahrt nicht ein einziges Mal unsere Maske anziehen. Und trotzdem explodieren die Zahlen in Tschechien keineswegs. Das ist vor allem erstaunlich, wenn man das zu Deutschland vergleicht, wo wir schon wieder den Krisenstatus haben. Die Pandemie ist ja nicht vorbei. Sie ist weltweit nicht vorbei und sie ist auch in Deutschland nicht vorbei. Außerdem habe ich endlich mal vor Ort meinen Instagram wiederbelebt. Also folgt mir dort. AdRound-Character. Und abschließend bin ich am 1. September 17 geworden. Yay! Das bedeutet... Hm. Das bedeutet, ich darf jetzt begleitet fahren. Noch habe ich leider keinen Führerschein. Fortfahren tun wir mit etwas Witzigem. Denn viele von euch wissen das vielleicht noch gar nicht, aber mein Zimmer wird immer googlifizierter. Also immer mehr zum Smart-Home-Zimmer. Und damit benutze ich auch den Google Assistant immer mehr. Und ich benutze ihn eben auch dafür, mal kurz Wörter nachzuschlagen, die mir über den Weg laufen. Nur ist er da halt meistens nicht ganz so praktisch. Wie zum Beispiel bei... Google. Was ist Pyrotechnik? Ein pyrotechnisches Erzeugnis ist eine Bezeichnung für Produkte der pyrotechnischen Industrie, in denen pyrotechnische Sätze enthalten sind. Nicht ganz so hilfreich, oder? Jetzt habt ihr die Möglichkeit, einen 10 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, dieses mathematische Problem zu lösen und in die Kommentare zu schreiben. Ich gebe euch da jetzt mal ein bisschen Zeit für. Habt ihr mitbekommen, dass Oculus umbenannt wurde zu Facebook Reality Labs? Anscheinend, weil Mark Zuckerberg echt Angst davor hat, dass man den Namen Facebook vergisst. Das ist dann auch der Grund, warum bei Instagram und WhatsApp das Facebook-Logo unten eingeblendet wird. Das war jetzt aber auch echt genug Zeit. Weiter geht's mit drei Webseiten, die ich vor kurzem kennenlernen durfte und bei denen ich denke, dass ihr sie auch nutzen solltet. So zum Beispiel Weave Silk, wo ihr mit eurem Finger oder mit eurer Maus symmetrische Kunstwerke kreieren könnt. Und auch wenn ich jetzt nicht gerade der größte Künstler bin, sind schon wirklich faszinierende Sachen fabriziert worden. Die zweite Webseite ist Future Me, wo ihr an euer zukünftiges Ich eine E-Mail verfassen könnt. Und da müsst ihr jetzt auch keine Angst haben, dass die Webseite einfach down geht und deswegen der Brief nie ankommt. Eine Open-Source-Community steht dahinter und sorgt dafür, dass das Projekt am Leben bleibt. Und genau deswegen habe ich auch heute mir mal einen Brief für in fünf Jahre geschickt, wo ich hoffe, dass ich noch YouTube mache. Und dieses Experiment kann ich euch auch einmal empfehlen. Die letzte Webseite ist Druckster, wo ihr komplett kostenlos euer eigenes Buch drucken lassen könnt. Okay, ja, ihr müsst mit Werbung zwischen den Seiten zurechtkommen, aber sein eigenes Werk physisch vor sich zu haben, ist doch einfach mal was Besonderes. Übrigens mal ganz kurz eine Frage zwischendurch. Hättet ihr Lust auf einen Pointless-Podcast über Kameras, Schnitt und YouTube? Dann schreibt das ebenfalls mal in die Kommentare. Und damit war es das schon fast mit diesem Video, aber anstatt, dass ich euch jetzt drei Google-Easterics heraussuche, habe ich mich dazu entschlossen, drei Flachwitze zu erzählen. Dank mir später. Nummer 1. Es war mir kalt, also habe ich den Außenintillator abgeschalten. Das fanden die anderen Passagiere im Helikopter nicht so cool. Nummer 2. Hallo Doktor, haben Sie ein Augenproblem? Ja, ja, woher wissen Sie das? Wir sind gerade durchs Fenster reingekommen. Und Nummer 3. Hey Peter, hast du jetzt eigentlich eine feste Freundin? Ne, leider immer noch die Wabblige. Und damit war es es tatsächlich mit diesem Video. Abonniert diesen Kanal, am besten mit der Glocke. Liked und kommentiert, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Und damit sehen wir uns auch schon bei einem sehr besonderen nächsten Video wieder. Bye! Untertitelung des ZDFs Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020